Ja, einen wunderschönen guten Abend an Sie alle da draußen, muss ja sagen, heute ist der dritte zwölfte, es ist halb sechs Uhr abends, zumindest hier in Bayern ein kalter Winterabend, es hat schon wieder geschneit und es friert, aber für die warmen Gedanken habe ich mir ja wieder den Karsten Mumm dazu geholt heute und wir wollen mit Ihnen, wir beide einen fundamentalen und technischen Ausblick ins Jahr 2022 wagen. Ich weiß, das ist schwierig, sowohl für den Fundamentalisten als auch für den Techniker, Prognosen ins Jahr 2022 in Zeiten mit Corona, mit Niedrigzins, mit ansteigender Inflation, aber wir versuchen es, beziehungsweise wir haben hier fundamentale quantitative und technische Leitplanken gesetzt, die uns dann zumindest mal ins erste Halbjahr und dann nach Möglichkeit auch ins zweite Halbjahr tragen. Ja, Karsten, hallo, servus und grüß dich. Ich freue mich, dass du dabei bist, weil ein Jahresausblick funktioniert nur technisch und fundamental, beziehungsweise fundamental und technisch und dann haben wir ein schönes Fundament. Ja, ich würde dich auch gleich bitten, in Medias Res zu gehen. Wir fangen an mit der Fundamentalanalyse. Ich nehme mich kurz zurück. Karsten, deine Bühne. Los geht's. Ja, das mache ich gern. Vielen Dank, Martin. Freut mich, dass ich dabei sein darf in deinem Video heute, dass wir zusammen mal wieder was machen. Ich starte mit der fundamentalen Analyse und möchte ganz kurz mal einen Überblick geben über die wichtigsten Einflussfaktoren im nächsten Jahr 2022. Und dazu macht es, glaube ich, Sinn, dass wir einfach bei dem klassischen Faktor der fundamentalen Analyse mal anfangen, nämlich der Konjunktur und da einfach mal schauen, wo wir denn zurzeit stehen, wo also die Ausgangslage ist. Und das kann man ganz gut immer erkennen am IFO-Geschäftsklimaindex, einer Umfrage unter Unternehmen, die vom IFO-Institut regelmäßig monatlich durchgeführt wird, wo verschiedene Parameter abgefragt werden. Einkaufssituation, Absatzverhalten, Geschäftserwartung, Beschäftigungsentwicklung und, und, und. Also sozusagen die ganze Palette der unternehmerisch relevanten Punkte. Und was man hier sehen kann an der gelben Linie, das ist der gesamte IFO-Geschäftsklimaindex, dass wir in den letzten Monaten eine abnehmende Unternehmensstimmung hatten. Also die gelbe Linie ist deutlich runtergekommen. Das liegt an verschiedenen Belastungsfaktoren. Einerseits sprechen wir seit Monaten darüber und das betrifft insbesondere die Industrie, dass wir massive Lieferengpässe sehen bei diversen Vorprodukten, bei Rohstoffen. Die Transportkapazitäten sind knapp. Es gibt enorme Staus vor vielen großen Containerhäfen dieser Welt und das belastet einfach vor allen Dingen die exportorientierte Industrie in Deutschland. Das entspricht hier in der Grafik der schwarzen Linie. Das ist das verarbeitende Gewerbe. Die Auftragsbücher sind rappeldicke voll. Die Unternehmen könnten so viel produzieren wie nie zuvor, aber werden eben durch diese Lieferengpässe ausgebremst. Die blaue Linie, die man hier sieht, das ist der Dienstleistungssektor und der ist zunehmend auch von Lieferengpässen beeinflusst. Vor allen Dingen aber ist hier die Unternehmensstimmung und sind die Geschäftsaussichten runtergegangen vor dem Hintergrund der wieder entfachten Corona-Pandemie und der Restriktionen, die sukzessive erlassen werden zurzeit. Das belastet natürlich insbesondere den Konsum- und Dienstleister. Und andere Segmente, die abgefragt werden, Handel und Bau, da ist die Unternehmensstimmung, also die Geschäftsaussichten sind auch etwas schlechter geworden in den letzten Wochen und Monaten, sodass man sagen kann, wir starten im Ausgehen von einem Nullwachstum, wahrscheinlich im vierten Quartal in Deutschland, auch mit einem schwachen Wachstum nur im ersten Quartal. Und die Basisannahme aber für den weiteren Verlauf ist, und das ist dann auch entscheidend für 2022, dass sich dieses Tal der wirtschaftlichen Tätigkeit dadurch langsam auflöst, dass diese Hauptbelastungsfaktoren eben Corona-Pandemie und Lieferengpässe sukzessive im Laufe des ersten Halbjahres schwächer werden und dann eben an Einfluss verlieren. Und dann ist die Perspektive die, dass ab dem zweiten Halbjahr das Wachstum wieder zunimmt und wir im zweiten Halbjahr nächsten Jahres wieder einkehren auf den Pfad eines sehr, sehr dynamischen Wachstums mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten als Folge sozusagen aus der Corona-Rezession. Die Situation, die wir also auch im ersten oder im Sommerhalbjahr diesen Jahres schon gesehen haben. Das ist also die klassische fundamentale wirtschaftliche Basis und in Zahlen ausgedrückt, kann man das ganz gut erkennen, anhand der neuesten Wachstumserwartungen der Organisation für wirtschaftliche Koordination und Zusammenarbeit der OECD. Und da kann man erkennen, dass in 2021 für Deutschland 2,9 Prozent Wachstum erwartet werden. Das ist vergleichsweise relativ wenig und es liegt eben daran, dass vor allen Dingen, wie eben dargestellt, die Industrie deutlich ausgebremst wurde und Deutschland sehr export- und industrieabhängig ist. Im nächsten Jahr wird erwartet ein deutlich höheres Wachstum eben von ungefähr 4 Prozent. Und im Unterschied dazu kann man sehen, dass andere Regionen und auch das Weltwirtschaftswachstum in diesem Jahr sehr viel dynamischer ausfallen als in Deutschland, aber dafür im nächsten Jahr die Wachstumsperspektiven runtergehen. Insgesamt sind diese aber immer noch überdurchschnittlich eben der klassische Erholungspfad nach der großen und heftigen Corona-Rezession. Ein weiterer Faktor, der zunehmend auch, muss man sagen, den Konsum zumindest belastet, sind deutlich steigende Inflationsraten. Das war ja auch ein Thema, was medial sehr, sehr große Wellen geschlagen hat in den letzten Wochen und Monaten. Hier einmal dargestellt an der Hand der türkisen Linie die Inflationsrate für Deutschland, zuletzt bei 5,2 Prozent sogar angekommen. Und da gibt es als Ursache einige Einmaleffekte. Das ist vor allen Dingen die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer am Jahresende. Das wird sicherlich oder mit Sicherheit am Jahresanfang auslaufen. Das wird also die Inflation ein bisschen dämpfen. Ich denke, dass wir die höchsten Inflationsraten jetzt im Dezember oder im Januar sehen werden. Aber die Inflation wird wahrscheinlich im nächsten Jahr dauerhaft erhöht bleiben. Also wir werden nicht auf die niedrigen Vorkrisen-Inflationsniveaus zurückfallen. Und der Grund dafür sind vor allen Dingen Nebeneffekte aus diesen Lieferengpässen, die ich schon angesprochen habe, nämlich massiv steigende Erzeuger- und Produzentenpreise. Das sind hier die blauen Balken. Das sind die monatlichen Preissteigerungen. Und man kann sehen, der letzte Balken hier, der ist bis auf 3,8 Prozent angestiegen. Also die Erzeugerpreise sind innerhalb eines Monats um 3,8 Prozent angestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr sogar um über 18 Prozent. Und das ist der stärkste Erzeugerpreisanstieg in Deutschland seit 1951. Und geht eben auf die Lieferengpässe zurück und auf die explodierenden Energiekosten. Und diese Situation, das wird einfach einige Monate dauern. Beziehungsweise wir glauben sogar, dass wir erhöhte Produktionskosten aus verschiedenen Gründen möglicherweise jahrelang sehen. Nicht ganz so extrem hoch wie hier dargestellt, aber doch erhöht. Und damit wird auch wahrscheinlich die Inflation doch strukturell und anhaltend im Durchschnitt höher ausfallen als in den Vorjahren. Was bedeutet das Ganze für die Kapitalmarktperspektiven im nächsten Jahr? Und dafür zeige ich Ihnen hier einmal unsere Prognosen für das Jahresende 2022. Da geht es überhaupt gar nicht darum, dass wir davon ausgehen, diese punktgenau und genau am 31.12. nächsten Jahres zu treffen. Das wird natürlich kaum gelingen. Vielmehr geht es hier darum, einfach die Perspektive darzustellen. Und wenn wir hier die wichtigsten Punkte einmal durchgehen, dann erwarten wir, dass sich auf Seiten der Notenbank, die EZB hier unten, am Leitzins gar nichts tut. Wir haben hier dargestellt den Einlagensatz. Der ist im Moment mit minus 0,5 Prozent negativ bei der EZB. Inflationärer Druck sorgt eigentlich immer dafür, dass Notenbanken eher restriktiver werden in ihrer Geldpolitik. Die EZB weiß das noch lange von sich, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass trotz unveränderter Leitzinsen, die werden bei Null bleiben wahrscheinlich, eben diese Einlagenzinsen leicht angehoben werden. Bei Bundesanleihen mit längeren Laufzeiten, die rentieren im Moment noch im negativen Bereich, so ungefähr bei minus 0,3 Prozent, denken wir, dass inflationsbedingt die Zinsen steigen. Aber niedrig bleiben werden bis auf 0,25 Prozent im Jahresverlauf ist in unseren Augen realistisch. Und das führt dann bei annähernd oder bei weiterhin erhöhten Inflationsraten dazu, dass die Realrendite, also Nominalrendite 0,25 Prozent minus hohe Inflationsraten, die bringen dann ein sehr, sehr tiefes Realzinsniveau. Und das unterstützt grundsätzlich, weil also verzinsliche Anlagen weiterhin unattraktiv sind, reale Anlageklassen wie Aktien beispielsweise, wie Immobilien oder auch wie Edelmetalle. Und entsprechend sind wir hier sehr positiv, was die Aktienmärkte angeht. Sie sehen DAX-Kursziel 17.500. Wir glauben also, dass Aktien auch im nächsten Jahr gute Anlagemöglichkeiten bieten. Das wird nicht ganz so berauschend positiv sein wie in diesem Jahr, zumindest wie bis zum Mitte November diesen Jahres. Aber trotzdem sind Aktien eigentlich in diesem Umfeld negativer Realrenditen nahezu alternativlos. Die konjunkturelle Entwicklung spricht dafür, dass die Unternehmen ihre Gewinne ausweiten können. Wir glauben allerdings auch, dass es zu größeren Rücksetzern kommen könnte im Jahresverlauf, weil eben verschiedene Belastungsfaktoren, Corona-Pandemie, Wachstumsschwäche in China beispielsweise, aufsteigende Inflationsperspektiven und Notenbanken, die weniger expansiv werden, doch dann die Stimmung ab und zu mal drücken könnten. Und ich denke, es ist im nächsten Jahr viel wichtiger noch, als in diesem Jahr die richtigen Aktien rauszusuchen. Diejenigen, die nämlich von den veränderten Rahmenbedingungen profitieren und diese gut managen können. Edelmetalle hatte ich angesprochen. Wir haben hier ein deutlich höheres Goldkursziel, 2.500 Dollar. Da geht es gar nicht darum, dass unbedingt diese Marke erreicht wird. Vielmehr auch hier die Darstellung der Perspektiven. Gold profitiert eigentlich von explodierenden Staatsschulden und von sehr hoher Inflation und von niedrigen Zinsen. Das hat in diesem Jahr nicht so stattgefunden aus verschiedenen Gründen. Unter anderem haben wir einen sehr, sehr festen Dollar gesehen. Das belastet immer die Nachfrage nach Gold. Aber wir gehen davon aus, dass hier ein deutlicher Nachholeffekt entstehen kann und entsprechend eben wir doch im nächsten Jahr deutlich steigende Goldpreise sehen können. Eine Marke, die vielleicht auch noch auffällt, Brand Rohöl, können wir uns auch durchaus vorstellen, dass das deutlich ansteigt und damit eben auch die Inflationsperspektiven fürs nächste Jahr hochhält. Hintergrund ist hier, wenn die Konjunktur deutlich brummt, also wieder in Gang kommt, steigt die Nachfrage. Aber es hat sich in den letzten Monaten schon gezeigt, dass das Angebot nach der Krise noch weit, weit entfernt vom Vorkrisenniveau ist. Also das Angebot wird deutlich langsamer ausgeweitet, als die Nachfrage steigt. Und das dürfte dann dafür sorgen, dass auch die Rohölpreisnotierungen nach unserem Dafürhalten deutlich anziehen. Was wird auch gefragt bleiben? In einem eher unsicheren Negativzinsumfeld, Kryptoassets. Wir haben hier beispielhaft den Bitcoin mal mit aufgenommen. Auch hier ist nicht der Anspruch, dass genau dieses Kursziel 88.888 erreicht werden. Klare Perspektive ist aber, wir gehen davon aus, dass Kryptoassets, vor allen Dingen Bitcoin, weiterhin gefragt bleiben und weiterhin natürlich unter extremen Schwankungen, aber unterm Strich dann doch auch deutliche Kursgewinne erzielen können. Und ganz kurz noch zu einem Wert, der hier noch drauf steht, Euro, US-Dollar. Wir haben ja zuletzt einen sehr schwachen Euro im Vergleich zum Dollar gesehen. Das lag vor allen Dingen daran, dass die Zinssteigerungserwartungen in den USA sehr deutlich nach oben geschossen sind. Ich denke, dass die US-Notenbank FED tatsächlich im zweiten Quartal nächsten Jahres schon anfängt, die Leitzinsen anzuheben. Und bis dahin dürfte wahrscheinlich der Euro tendenziell noch schwach tendieren. Ich denke aber, dass wir dann mit Blick auf das Jahresende auch wieder eine Erholung des Euro im Vergleich zum US-Dollar sehen könnten. Vor allen Dingen deswegen, weil dann langsam gegen Ende des Jahres möglicherweise auch von Seiten der EZB einmal das Thema weniger expansive Geldpolitik oder möglicherweise sogar Leitzinserhöhungen mit Blick auf 2023 in den Fokus geraten könnten. Ja, so viel von meiner Seite. Das ist unser Basisszenario. Es gibt natürlich eine Menge von Risiken, die hier für andere Verläufe sorgen könnten. Ich habe das eben schon angesprochen. Corona-Pandemie ist nach wie vor ein großer Unsicherheitsfaktor. Also die Wachstumsschwäche in China sollte die beispielsweise größer anfallen als grundsätzlich erwartet. Auch wenn die Inflation nochmal sehr viel deutlicher und stärker ansteigen sollte, als wir das annehmen, würde das für Verunsicherungen sorgen. Also es ist zurzeit unsicherer denn je, Prognosen anzustellen. Trotzdem ist es wichtig, denke ich, sich ein Bild von den Perspektiven machen zu können, um sich entsprechend auch positionieren zu können. Ja, und mit diesem fundamentalen Überblick gebe ich dann über an Martin und bin ganz gespannt, Martin, was du von technischer Seite zu den Perspektiven sagst. Ja, ich sage erst mal danke, Carsten, und ich bin beruhigt, denn wir sind in vielen Dingen deckungsgleich, denn es herrscht ja oftmals diese Mär davon, dass sich fundamentale und technische Analyse nicht immer unbedingt decken müssen. Aber wir haben jetzt im Moment wirklich hier ähnliche Prognosen. Ich bin jetzt gerade bei der Bildschirmteilung, jetzt funktioniert es. Das ist immer so dieser Adrenalin-Moment, wenn man hier umschaltet. Also vielen Dank, Carsten. Ja, ich möchte jetzt im Gegensatz zu meinem Vorredner auf die technischen Daten eingehen. Und die technische Analyse, wir haben ja gesagt, ergänzt sich in der Regel ganz gut oder ist ein Muss als Ergänzung zur Fundamentalanalyse. Und ich möchte auch mit unserem allerlieblingen, dem DAX 40, beginnen. Seit heuer ist er ja 40 geworden. Vorher war es der DAX 30 und auch mal eine Lanze sowohl für ihn als auch gleich nochmal für den Eurostoxx 50 brechen. Denn zuletzt, ja, hieß es dann wieder, was ist mit den Aktien los? Was kommt jetzt der Einbruch? Man hatte Angst jetzt mit der neuen Virusvariante. Also wenn man hier diesen Langfristzart sich mal zu Gemüte führt seit 1991, also knapp 30 Jahre, dann sieht man also, wir sind ja auf einem sehr guten Pfad. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Und der DAX befindet sich nach wie vor absolut im oberen Drittel einer intakten Aufwärtstrendbewegung. Aber wir sehen natürlich auch, es kommt immer wieder zu unerwarteten Rückschlägen, vielleicht auch mal zu erwarteten Rückschlägen. Und was bedeutet das jetzt? Ich gehe darauf deswegen auch auf den kurz- bis mittelfristigen Chart über, was bedeutet das jetzt fürs nächste Jahr? Also wir hatten zuletzt ein paar Schrecksekunden, aber wir hatten auch ein gutes Muster oder ein gutes Orientierungsniveau, nämlich die 14.980. Das sind diese drei Halbkreise, die Sie hier sehen. Also wir haben hier zwar nur drei Halbkreise, aber es ist mittlerweile ein Sechsfachboden, der sich hier gebildet hat. Und der schon öfters in der letzten oder jüngsten Vergangenheit oder in diesem Kalenderjahr für Stabilisierung und für ein Rebound sorgen konnte. Und das ist jetzt auch unsere Ausgangsbasis für das Jahr 2022 aus einem gestärkten, intakten, langfristigen Aufwärtstrend, den wir vorher gesehen haben. Und einem mittlerweile Sechsfachboden kurz vor Jahreswechsel trotz neuer Virusvariante, trotz Inflationsangst, trotz IFO-Geschäftsklimaindex, der zurückgeht, hier ein stabiles Fundament zu haben. Und deswegen der Ausblick auf den DAX 40. Sie sehen, wir haben ein paar Stufen zu überklimmen. Die Fibonacci-Projektionen sind sehr, sehr eng beieinander. Das heißt, wir haben hier die Ausgangslage um Bereich 14.980, also gerundet 15.000. Dann kommen ein paar Treppchen, die wir natürlich erst wieder nehmen müssen, um dann auch aus technischer Sicht, und das fand ich ganz spannend, das fundamentale Ziel ist 17.500 oder die Richtung ist 17.500. Und auch aus technischer Sicht laufen wir hier bei 17.401 raus, also gerundet 17.400. Das heißt, gestärktes Fundament, stabile Chart-Technik und auch Indikatoren, die mittel- bis langfristig von weiter steigenden DAX-Kursen ausgehen. Ja, schauen wir ein bisschen nach Europa. Ähnliche Geschichte. Der Eurostoxx 50 wurde ja immer gescholten, so als Langweilerindex, der hinter den anderen internationalen Leitindizes hinterherhinkt. Von der Dynamik her ja, aber wir haben zuletzt auch gesehen, dass er sich auch relativ stabil halten kann. Denn im Gegensatz zum DAX hat er seine 200-Tage-Linie nicht unterhandelt. Also er ist von der Trendsystematik her, wenn wir die seit Januar oder seit Anfang 2009 hier einzeichnen, das ist dieser Aufwärtstrend hier, ist er auch im oberen Drittel, aber noch deutlich stabiler in diesem oberen Drittel als beispielsweise jetzt der DAX 40. Und auch hier gehen wir beim Eurostoxx, das sieht man auf der nächsten Folie, von einem guten Fundament aus und von weiter steigenden Kursen. Von Eurostoxx 50 gilt ein Mittelfristziel, also in dem Fall für das Jahr 2022 von 4.460, also auch nahezu deckungsgleich mit der fundamentalen Zielprognose. Auch hier haben wir einige Treppchen zu überwinden und interessant ist aber auch hier, dass ja im Moment natürlich hier noch ein kleiner, das hängt auch mit diesem Gap von vor einigen Tagen zusammen, hier schon ein großer Abstand ist, aber die nächsten Fibonacci-Projektionen sehr eng aufeinander folgen. Also das ist im 100-Punkte-Bereich und dann wäre der Weg frei Richtung 4.460 oder eben knapp 4.500. Also auch für den Eurostoxx, für den gesamteuropäischen Aktienmarkt positives Fundament oder stabiles Fundament, positives Umfeld und auch hier Tendenz weiter steigend. Jetzt gehen wir rüber über den Teich nach Amerika, der S&P 500 als der, sage ich mal, Paradeindex. Nasdaq 100 natürlich in aller Munde Dow Jones, der Klassiker, aber der S&P 500 spiegelt natürlich die Wirtschaft in Amerika am besten wider. 500 Titel aus sämtlichen Branchen und hier sehen wir auch eine intakte, nachhaltige Aufwärtstrend-Systematik. Das ist jetzt nur der Kurzfrist- oder der Mittelfrist-Chart, wenn wir natürlich hier auch den längerfristigen Chart auflegen würden, hätten wir das gleiche Bild und sogar noch ein deutlicheres Bild als bei den beiden Indizes vorher. Wir haben hier auch eine Konsolidierung gesehen. Die 100-Tage-Linge hat hier eine gute Unterstützung geboten. Wir sind in der Mitte des Aufwärtstrends, ist allerdings jetzt kein Malus gegenüber den beiden Indizes vorher, denn hier ist natürlich der Trend, die Dynamik des Trends eine ganz andere als in Deutschland oder in Europa. Und da kann man auch schon mal in die Mitte des Trends abtauchen, ohne dass man jetzt große Befürchtungen haben muss. Das Umfeld passt, die markttechnischen Indikatoren passt, die Chart-Technik passt. Und deswegen haben wir hier aus technischer Sicht oder ergibt die Technik ein Ziel von 4.950 knapp. 4.940, 4.950 in diesem Zielkorridor. Das wäre auch oberhalb wieder oder im oberen Drittel des Aufwärtstrends, der nach wie vor intakt ist. Also hier passt auch Trendsystematik und Fibonacci-Projektion sehr gut zusammen. Also für die Aktienmärkte, summa summarum, erwarten wir ein schönes und erfreuliches Jahr 2022. Ja und Carsten, du hast es vorher gesagt, der Euro, der ist so unser Sorgenkind im Moment. Hängt natürlich auch mit mehreren Komponenten zusammen, was Zinserhöhungsfantasien anbelangt, Inflationstendenzen und so weiter. Aber ich möchte hier auch mal die technische Komponente mit reinbringen. Der Euro ist aus seinem Abwärtstrend herausgefallen, hat einen Retest bei knapp 1.14 nochmal verzogen. Der war nicht erfolgreich. Das heißt, selbst wenn der Euro einen Rebound jetzt mal wieder schafft über die 1.14, dann wäre er bestenfalls im Abwärtstrend. Bedeutet also auch für den Euro aus technischer Sicht, da kann durchaus nochmal der Test der 1.12 erfolgen. Allerdings sollte dann auch, und das zeigen auch die Langfristindikatoren und auch das langfristige Chartbild, erstmal Ruhe sein. Und ein Rebound auf 1.15 ist durchaus möglich. Also ich habe hier die 1.14.9 gerundet auf 1.15 beziehungsweise 1.15.1. Allerdings ist das jetzt keine, wäre dann jetzt hier nicht Hurra oder Juhu, wir haben es wieder geschafft. Denn selbst eine 1.15 würde weiterhin einen intakten und nachhaltigen Abwärtstrend für den Euro zum US-Dollar bedeuten. Also von dem her 1.15 ist ein realistisches, technisches und charttechnisches und charttechnisches Ziel. Allerdings bedeutet es bestenfalls Abwärtstrend. Ja, kommen wir zum Krisenindikator, wie es oftmals fälschlicherweise eigentlich bezeichnet wird, das Gold. Also nicht fälschlicherweise, aber es ist ja nicht nur ein Krisenindikator, sondern es ist ja auch das wichtigste Edelmetall schlechthin. Auch hier ein Ausrufezeichen, zuletzt hier mit dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend. Jetzt testen wir wieder diesen Abwärtstrend. Also es ist ein Retest, ob wir wirklich oder wir, ob das Gold es wirklich schafft, oberhalb dieser Abwärtstrendsystematik zu bleiben. Das muss sich erstmal zeigen. Es sieht aber im Moment danach aus, dass die Rahmenbedingungen weiterhin auch für Gold positiv bleiben. Aus technischer Sicht, selbst wenn wir hier den Retest jetzt auch zum Jahreswechsel haben, gehen wir trotzdem davon aus, dass das Rebound-Potenzial bei Gold kurzfristig dann erstes, zweites Quartal, das meine ich mit kurzfristig, also eigentlich ist es mittelfristig, Richtung 1.961 gehen kann. Das ist diese Fibonacci-Projektion hier oben. Gerundet natürlich wäre das 2.000. Ja, wichtig ist aber jetzt, auch wenn wir einen Jahresausblick 2022 machen, kurzfristig jetzt auch wirklich auf das Niveau um 1.785 und 1.800 zu schauen. Das ist das Nadelöhr, ob es das Gold wirklich schafft, oberhalb dieser Abwärtstrendsystematik zu bleiben. Jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Aspekt. Nächstes Jahr auch für die globale Zinstendenz, das sind die 10-jährigen US-Treasuries, also die 10-jährigen US-Staatspapiere. Im Gegensatz zu den europäischen, zu den europäischen, 10-jährigen Bundrenditen, also der europäischen Rendite sind wir hier natürlich, oder der deutschen Rendite sind wir hier deutlich im Plus. Wir haben aktuell eine 10-jährige US-Treasuries-Rendite von 1,44. Ist aber auch eine ganz wichtige und auch so eine Art Nadelöhr-Niveau im Moment, denn bei 1,49 läuft die 200-Tage-Linie, da sind wir im Moment knapp drunter. Noch sind wir, wir testen auch einen Support bei 1,45. Allerdings, wenn man sich das Ganze so ansieht, ist trotzdem nach wie vor eine generelle Aufwärtsbewegung zu spüren und zu sehen. Natürlich im Moment ist es immer auch bei den Treasuries so ein Kampf mit Unterstützungen und Widerständen zu sehen. Aber auch hier gehen wir davon aus, aus technischer Sicht, dass wir bei den 10-jährigen US-Treasuries mittelfristig, sprich im nächsten Jahr, Niveaus über 2% und in dem Fall bei 2,26% sehen können. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass die US-FED natürlich auch schon zwischen den Zeilen so ein paar Sachen durchblicken lassen hat, wie mögliche Zinserhöhungen ab Juni, wenn das Sabering ausgelaufen ist. Beim Brent, Brent Oil hat eigentlich über das ganze Jahr hin steigende Kurse gesehen und ist zuletzt deutlich abgefallen. Da kann auch nochmal ein Test der 66 US-Dollar, wenn nicht sogar der 60 US-Dollar kommen. Das kann jetzt zum Ende des Jahres durchaus passieren. Wir sehen aber, und deswegen habe ich hier auch die Bollinger-Bänder mit dazu geholt und die Fibonacci-Projektionen, wir sehen hier durchaus Potenzial in dem Bereich 80 bis 90 durch das grundsätzlich positive konjunkturelle Umfeld. Aber aufgrund dieser, es ist wie so eine Schere, die sich hier aufgemacht hat, das untere Bollinger-Band wurde jetzt mehrmals getestet, auch die 200-Tage-Linie bei 73. Also es kann kurzfristig nochmal Richtung 66, 60 gehen. Allerdings haben wir wirklich für das nächste Jahr hier auch ein Ziel aus technischer Sicht von 90 US-Dollar. Ich glaube, das Fundamentale war 100, also auch hier fast Gleichklang zwischen fundamentaler und technischer Prognose und fügt sich ja auch ganz gut ins fundamentale konjunkturelle Wirtschaftswachstumsbild. Ja, und jetzt kommen wir zu zwei neuen, zu neuen Underlines, neu nicht, aber die wir neu in unseren Prognosen mit drin haben für die Jahresprognosen. Erstmalig für 2022 Bitcoin und Ethereum. Bitcoin, ja, wie eine Achterbahnfahrt zuletzt, aber auch jetzt mit stabiler Tendenz. Das heißt, kurzfristig sehen wir uns hier zwischen 50 und 60.000 Dollar. Ich meine kurzfristig hier bis Jahreswechsel. Aber die Tendenz geht ganz klar noch weiter nach oben. Sie sehen auch hier dann diese engen Treppchen der Fibonacci-Projektionen, also 64 bis 71. Klar, das sind 7.000 US-Dollar. Nur, das ist beim Bitcoin ja, was sind 7.000 US-Dollar? Das ist manchmal an einem Nachmittag gemacht. Wir müssen über die 60.000 gehen, besser gesagt über die 59.394. Die Tendenzen dafür sind sehr gut. Und dann ist auch eine Langfrist, sprich 2022er Prognose aus technischer Sicht von 83.000 US-Dollar möglich. Wie gesagt, die Tendenz ist da. Der Trend ist seines Zeichens im Moment noch kurzfristig seitwärts. Aber die Aufwärtsbewegung lässt hier nur noch auf sich warten. Und wenn man Bitcoin und Ethereum vergleichen möchte, dann ist sogar Ethereum im Moment noch mit etwas mehr Chart-technischer Dynamik unterwegs. Wir haben zuletzt die 3.917 getestet, sind jetzt schon an den kurzen Treppen angelangt. Hier 4.763 bis 5.286. Das muss natürlich jetzt erst mal abgearbeitet werden. Dann ist auch hier der gepunktete Trend wieder intakt. Und dann ist natürlich Luft bis 6.131 bzw. 6.100 gerundet, in dem Fall abgerundet, entspricht ja auch in etwa dem Ziel aus der fundamentalen Betrachtungsweise. Ja, ein kurzer Hinweis, den wir immer bringen müssen, Carsten Mumm und ich. Das Ganze hier ist natürlich keine individuelle Beratung. Wir sind keine Private Banking-Profis. Wir machen für Sie den Blick in die Märkte. Wir untersuchen Asset-Klassen und Underlyings. Aber natürlich bitte das nicht als individuelle Beratung verstehen und jetzt nicht in die ein oder andere Asset-Klasse oder in die ein oder andere Underlying oder Index jetzt 1 zu 1 mit dem Großteil des Vermögens investieren, weil wir sagen, da geht es nach oben. Denn dieses nach oben, wo Carsten Mumm und ich uns natürlich einig sind, was wir jetzt ja auch gesehen haben, ist natürlich auch verbunden immer mal wieder mit zwischenzeitlichen Drawdowns. Sie wissen das, wir wissen das. Es geht nie in einem Rutsch nach oben oder steil nach oben. Zwischendrin kann es natürlich auch noch mal empfindlich werden. Und die Rückschläge könnten dann zumindest auch empfindlich oder schmerzhaft sein. Ja, jetzt bin ich wieder da. Ich hoffe, die Präsentation konnte man gut sehen, verstehen. Von meiner Seite her, ich wäre durch. Carsten, hast du noch etwas anzumerken? Nein, das passt. Gut, dann danke ich dir recht herzlich zur später Stunde noch, dass du noch mit dazu kamst. Ja, Ihnen allen an den Bildschirmen einen schönen zweiten Advent, ein schönes Adventswochenende. Und in Hamburg sagt man Tschüss, in München. Servus, Martin. Sehr gut, jetzt klappt es. Also, schönen zweiten Advent. Carsten, dir auch. An Sie alle draußen, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.